Ich bin Nina, ich bin 19 Jahre alt und komme hier aus Wuppertal und ich bin lesbisch. Also ich bin Feder, ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs und in dem bin ich momentan vier Monate alt. Ich bin Zoll, ich bin 19 Jahre alt und meine Pronomen sind Baishi. Ja, ich bin Josephine Marie, hier aus Wuppertal, 35 Jahre alt, bin eine Frau mit Trans-Hintergrund und lebe einfach mein Leben so bunt wie möglich. Also ich bin Milo, ich gehe mit allen Pronomen und ich bin 13 Jahre alt. Ja, ich bin da Felix, das Alpha von einem Rudel und bin anderthalb Jahre Papi. Ich habe fünf Namen, ich benutze Gabriel, Luca, Buck, Mats und Faw. Ich bin Sidney. Diese Querder der Menschen, halt auch müssen sie sich ausprobieren in anderen Sachen, sehr viele Leute umarmen. Ich gehöre selbst dazu und quasi lerne die Leute kennen, die genauso sind wie ich einfach, weil das sieht man selten auf der Straße. Bist du genau hier? Weil ich selber gehe bin und ja, erstes CSD, ich wollte schon seit Jahren gehen. Ich finde es einfach schön dann auch Leute zu treffen, die sich so bunt anziehen und wo man einfach weiß, man gehört dazu, egal wie man ist. Ich weiß, dass ich sehr oft nicht akzeptiert werde, besonders weil ich halt wie gesagt ein Fuchs bin und viele akzeptieren das eben nicht.